Willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ich werde euch mal eben erzählen, was ich für das Jahr 2018 auf diesem Kanal geplant habe. Einmal wird es eine Pferde-Spielreihe immer wieder geben, also Ostwind wird weiterhin gespielt und diverse andere Pferde-Spiele. Diese richten sich natürlich an Pferde-Liebhaber oder an Liebhaber von diesen Spielen und für die etwas härtere Gangart wird es WWE 2K18 hier auf diesem Kanal geben. Ich spiele dort den Universe-Modus mit einem von mir erstellten Charakter und versuche mich dort hochzuarbeiten und zwischendurch gibt es noch andere Wrestling-Spiele, aber hauptsächlich wird im Bereich Wrestling WWE 2K18 gespielt, also für alle Wrestling-Fans. Das wird auf diesem Kanal auch regelmäßig zu sehen sein, aber immer wieder werde ich auch hier und da mal andere Playtimes einstreuen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch noch Ice Age gekauft für wenig Geld und werde dieses auch in eine meiner Playtimes reinpacken oder noch diverse andere Spiele wie vielleicht Worms oder was es sonst noch alles gibt. Pro Evolution, Soccer, FIFA. Ach mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich noch alles für Spiele hier rumliegen habe. Aber nochmal zusammengefasst, für Pferdeliebhaber gibt es hier weiterhin Ostwind und andere Pferdespiele. Für Wrestling-Fans gibt es hier WWE 2K18 und andere Wrestling-Spiele. Und damit ist das Jahr 2018 auch schon auf diesem Kanal verplant. Sollte es noch Änderungen geben, werde ich es hier bekannt geben. Ansonsten kann man sich erstmal an diese Worte, Schrägstrich, an diesem Plan halten. Und ich bedanke mich für euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld81.